Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja, jetzt gab es tatsächlich den X-Flair aus diesem Sonnenfleckengebiet, was ich im letzten Video angesprochen habe. Da habe ich erwähnt, wenn es denn hier zu einem X-Flair kommen sollte, aufgrund der Konfiguration dieses Sonnenflecks, dann würde der eher gerichtet sein. Und ja, wir haben X1.1, das ist ordentlich und es hat definitiv auch einen CME gegeben, das heißt also einen koronalen Masseauswurf. Der ist jetzt auf dem Weg Richtung Erde. Allerdings einer ist keiner, wie man so schön sagt. Das bedeutet, wir müssen tatsächlich warten, ob es hier überhaupt die Möglichkeit gibt, dass uns irgendetwas trifft. Aber hier der X-Flair, den wir hier sehen können, in diesem Sonnenfleckengebiet eine ordentliche Eruption. Zwar jetzt nichts extrem Außergewöhnliches, aber durchaus sehenswert. Und ja, es gab eben diesen CME, den wir hier so andeutungsweise sehen. Diese Erschütterung in dem Bereich, wenn wir hier ein bisschen um das Ausbruchsgebiet herum gucken, wenn es hier zu diesen Schwingungen kommt, dann war meistens auch ein CME mit dabei. Und ja, es gibt Teile dieses CMEs, die tatsächlich ergerichtet sind. Und zwar der untere Bereich hier, der ist relativ gut in Richtung Erde abgefeuert worden. Der Sonnenfleck hier im Übrigen hat eine sehr interessante Konfiguration. Das haben nur 3% aller Sonnenflecken, die man beobachtet. Da ist nämlich die Polung etwas komisch jetzt in der Nordhemisphäre der Sonne. Gucken wir uns aber gleich ein bisschen genauer an, warum das so ist. Und darum hat der schon so ein gewisses Potenzial, würde ich mal sagen. Also der kann schon besondere Dinge machen, die er jetzt auch zumindest durch einen kleinen X-Flair mal so bewiesen hat. Ja, da geht was mit dem. Jetzt machen wir mal ganz kurz das hier alles weg. Denn das war jetzt die hoch aufgelöste Geschichte. Und gucken uns mal ganz kurz den Sonnenfleck hier ein bisschen genauer an. Machen wir erstmal diesen Bereich. Das heißt also, ja, das, was man auch mit einem normalen Teleskop sehen würde, also mit einem Sonnenfilter. Also eher im sichtbaren Bereich. Und was wir da ganz deutlich sehen, ist, dass dieser Sonnenfleck sehr groß ist. Das ist zum einen Mal schon, ja, die Möglichkeit zumindest, dass etwas passiert. Aber nicht alle großen Sonnenflecken entwickeln sich so, dass sie etwas machen. Der hier allerdings schon. Das heißt also, wir haben in den letzten 48 Stunden eine Verstärkung des Gesamtsystems. Unter anderem auch mit der Entwicklung des unteren Bereichs. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz umschalten und noch was mit dazu nehmen, denn das Magnetogramm, dann kann man mal ganz kurz erklären, warum der jetzt irgendwas Besonderes ist. Dieser Sonnenfleck. Dann nehmen wir allerdings dann eine andere Färbung. Und zwar blau und rot. Da sehen wir nämlich jetzt die Polung dieses Sonnenfleckengebietes. Und normalerweise ist es tatsächlich so, dass in der Nordhemisphäre der Sonne im Zyklus, so wie er sich jetzt momentan eben darstellt, die Polung eigentlich so sein müsste, dass das immer so horizontal auf der Sonne zu sehen ist. Das heißt also, die Polungen, auch hier zum Beispiel, Negativpol, Positivpol, immer schön so verteilt, eben in der Drehrichtung der Sonne. Bei dem hier ist allerdings ein ordentliches Kuddelmuddel drin. Das heißt, der hat tatsächlich unterhalb den negativen Pol und darüber den positiven Pol. Und das ist jetzt eine Konfiguration. Wir haben tatsächlich nur 3% aller Sonnenflecken. Das heißt also, es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten bezüglich der Häufigkeit von Polungen auf der Sonne. Und diese Polung, die sich jetzt hier herauskristallisiert hat, das ist eben auch etwas, wo man sagt, ja okay, das ist jetzt schon was Besonderes. Und deswegen auch etwas, was zum Beispiel verantwortlich sein könnte für Ausbrüche. Muss natürlich nicht sein. Das heißt, es ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sich der eben etwas anders verhält als der Standard. Und deswegen haben wir hier also diese besondere Konfiguration dieses Flex. Aber nochmal, obwohl das nur 3% aller Sonnenflecken ausmacht, ist es nicht so, dass die 3%, die diese besondere Konfiguration haben, ja jetzt gleich das Potenzial, extrem große Ausbrüche zu verursachen. Dem ist nicht so. Aber aufgrund eben der momentanen Konfiguration und der Veränderung im Laufe der Zeit kann es natürlich aufgrund der Magnetfeldlinien dazu führen, dass wir hier dann größere Ausbrüche sehen könnten. Also ein X-Flare kann er schon mal, das hat er jetzt bewiesen, ob er jetzt zum Beispiel auch in den X5 reinrutschen könnte, was durchaus für uns hochinteressant wäre. Also wenn der jetzt in den nächsten 12 Stunden nochmal ein X-Flare abfeuert und ein X2 zum Beispiel, auch wieder mit dem CME, dann hätten wir eine ähnliche Situation wie jetzt die letzten Tage, wo wir dann auch Polarlichter über Deutschland beobachten konnten. Da müsst ihr mal sehr ein bisschen gucken, also auch zum Beispiel mit dem J-Helio Viewer, da packe ich euch den Link auch natürlich wieder unten in die Videobeschreibung und auch bei Noah ein bisschen genauer hinschauen auf der Seite, weil da gibt es dann immer auch die Hinweise oder zum Beispiel sich eine App runterladen, wo man dann auch zum Beispiel Push-Nachrichten aufs Smartphone bekommt bezüglich der Ausbrüche in diesen oder generellen Ausbrüchen auf der Sonne. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, wo die sind. Ich habe ja schon vermutet, dass der Ausbruch nicht hier stattgefunden hat, sondern eher in dem Bereich wieder hier drüben. Das heißt also, wir hatten ja hier auch einen Flair, der in dem Bereich stattgefunden hat, aber diesmal ist es tatsächlich erdgerichtet. Und dadurch, dass das eben so ist, können wir uns auch zumindest damit beschäftigen, dass es hier zu einem Ereignis kommen könnte. Das könnte jetzt schon reichen für ein G3. Allerdings gibt es momentan zumindest noch keine eindeutige Bestätigung bezüglich auch der Menge an Plasma, die in unsere Richtung unterwegs ist, weil nämlich hier Lasco momentan zumindest noch nichts zeigt, also bezüglich eines zum Beispiel Halo-Flares. Wir haben hier den Ausbruch in dem Bereich, den können wir hier sehr deutlich sehen. Das war also der erste Flair. Aber der Flair, der jetzt Richtung Erde abgegangen ist, da haben wir momentan... Ach doch, jetzt haben wir hier tatsächlich ein leichtes Halo. Wenn ihr mal ein bisschen ganz genau hinschaut, dann seht ihr, wie hier so eine Welle hochkommt. Und das ist eben jetzt der Ausbruch der X-Flair, der eben dann diesen CME ausgelöst hat. Und wo wir jetzt mal ein bisschen gucken müssen, wie viel denn da am Ende des Tages tatsächlich in Richtung Erde unterwegs ist. So wie es jetzt momentan aussieht, ist es ein verhaltener CME. Also nicht mit sehr viel Plasma. Aber kann sich im Laufe des Tages auch noch ändern, wenn noch ein paar Ausbrüche mit dazukommen. Wie gesagt, dieses Sonnenfleckengebiet hier hat das Potenzial, tatsächlich größere Ausbrüche zu verursachen. Und deswegen muss man es auch ein bisschen genauer beobachten. Bezüglich auch der Entwicklung zum Beispiel in den nächsten Stunden, ob es hier nochmal zu einem Ausbruch kommt. Das ist übrigens gar nicht so unwahrscheinlich, dass es hier nochmal ein X-Flair gibt. Der hat ja vorher schon geflirt im M-Bereich, also ein paar Stunden vorher. Das könnte natürlich jetzt auch eine Reihe von Eruptionen auslösen. Das heißt also kurz hintereinander, ein paar Stunden hintereinander immer wieder neue Eruptionen, X-Flairs oder dergleichen, die dann eben auch Richtung Erde unterwegs sind. Wird wieder eine spannende Zeit. Das heißt also, ja, hätte eigentlich schon einen Haken drunter gemacht nach dem G4 jetzt, wo ich gesagt habe, ja gut, okay, also Sonne schaut jetzt momentan eigentlich gar nicht mehr so aus, als würde sich irgendwas Großartiges produzieren. Also was Polarlichter angeht. Aber das hier könnte jetzt tatsächlich nochmal interessant werden bezüglich der nächsten Stunden. Wie gesagt, wenn sehr kurz hintereinander mehrere Flares abgefeuert werden, also X1.1 jetzt. Und wenn jetzt noch ein paar Stunden später ein X2 und ein X3 mit dazu kommt, dann kann man auch davon ausgehen, dass die Plasmageschwindigkeit aufgrund der höheren Energie größer ist. Und dann würde der eine, der später stattgefunden hat, den ersten einholen. Und im Best Case natürlich genau auf Erdhöhe. Und dann hätten wir eine Situation, nochmal ein X3 hinterher, hätten wir wieder G4. Ja, das heißt also, dann würden wir wieder da reinrutschen. Dann kommt es wieder darauf an, wann kommt das Ganze an? Kommt es überhaupt an bei uns? Wie ist das interplanetare Magnetfeld? Und so weiter und sofort beim Eintreffen des CMEs. Und dann könnte es tatsächlich wieder zu einer Situation kommen, wo wir wieder Polarlichter relativ weit in den Süden sehen können. Zum Beispiel auch beim letzten Mal tatsächlich von den Alpen aus, bei den ganzen Webcams hat man es sehr schön gesehen. Und das könnte uns jetzt wieder blühen. Aber nur, wenn jetzt tatsächlich kurz dahinter nochmal einer kommt. Der eine, der jetzt unterwegs ist, naja, da muss man mal gucken, wenn man eine volle Ladung bekommt, vielleicht G3 maximal so in die Richtung. Aber interessanter wäre es natürlich, wenn jetzt nochmal einer hinterher kommen würde. Aber das ist eine interessante Geschichte mit diesem Sonnenfleck hier. Den beobachte ich tatsächlich schon ein bisschen länger und habe mich gefragt, ob der denn überhaupt irgendwas reißen kann bezüglich Ausbrüchen. Der war eine lange Zeit lang relativ stabil, hat auch nichts wirklich Interessantes gemacht und hat sich dann erst in den letzten zwei Tagen zu einem Sonnenfleck entwickelt, der dann plötzlich aktiv geworden ist. Das heißt also, wir haben innerhalb des Sonnenflecks, wenn ihr da ein bisschen genauer hinguckt, plötzlich eine dynamische Entwicklung, die dazu führt, dass hier doch einiges in Bewegung ist. Und immer wenn sowas passiert, also diese Bewegungen innerhalb großer Sonnenfleckengebiete, dann ist auch wieder die Wahrscheinlichkeit da, dass es tatsächlich einen größeren Ausbruch gibt. Bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss. Vielen Dank.